Moins und ausbömmler Leute und herzlich willkommen hier zur Einweisung. Ich habe Video auf meinem Kanal und hier oben sieht man jetzt schon ein gelbes Ausrufzeichen mit rotem Hintergrund. Sieht man das dann auch hier? Ne. Okay, aber auf jeden Fall ist heute wieder die Rabenfrau im Shop. Wie gestern kriegt 10 Punkte. Hier noch mit den Flügeln und dann die Fallspur. Ähm, die Pick Decks habe ich mir geholt, kriegt 10 Punkte. Finde ich ist ziemlich nice. Dann kommen wir zum Raufbeudin, bekommen 7 Punkte. Ich mag die Farbe halt ziemlich und dann noch mit so einem Camouflage Muster, sieht relativ nice aus, aber halt die Frau gefällt mir so als solches halt nicht. Wirklich. Ähm, dann harte Schale, äh, bekommt 5 Punkte. Ist auch nicht so wirklich mein Lieblingsgleiter, ich mag den halt nicht so wirklich. Ähm, ja. Ja, dann kommen wir mal zu Fingerwedler. Bekommt 7 Punkte. Dann taktischer Spaten, bekommt 6 Punkte. Finde ich auch jetzt nicht so geil. Waffenexperte, bekommt 10 Punkte. Finde ich sehr nice, den Skin. Ähm, und dann der neue Emote. Echt intensiv. Bekommt 9 Punkte. Ich finde es halt nice, wie der halt immer schneller wird. Aber so wirklich, das geizt die Mote ist es nicht. Deswegen nur 9 Punkte. 64 Punkte hat er heute geschafft. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Wir gucken nochmal drauf. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ciao. Und ich verabschiede mich jetzt auch mal. Untertitelung des ZDF, 2020